Oh moin und herzlich willkommen hier bei mir in der Werkstatt. Wir haben heute den 30. Dezember und das bedeutet morgen ist Silvester und ich und Melli wollen Silvester am Strand verbringen. Da wir bei uns im Auto keinen Dinnertisch haben und es eventuell ja doch etwas kälter ist, muss ich da jetzt allerdings aufrüsten und ich werde jetzt erstmal zwei Klapptische bauen, die an die Rücklehne von den Vordersitzen kommen. Bis zum nächsten Mal. Sozusagen die Halterung habe ich jetzt fertig. Das ist dieses Gerüst hier. Dabei soll dieser Teil hier später unter die Kopfstütze. Hier habe ich eine einfache Überblattung genommen, um diese kleinen Elemente zusammenzufügen. Das Teil wird dann über die Fingerzinken hiermit verbunden. Zack. Und daran kommt dann wieder über eine einfache Überblattung das Teil. Und hier drauf werde ich dann später mein Klapptisch montieren. So, ich habe jetzt auch die Tischplatten fertig und da wir im Auto uns befinden und das Auto auch vielleicht schwerig steht oder sowas, möchte ich hier noch so Leisten drumherum machen, damit er nichts runterrutschen kann. Habe ich allerdings vergessen zu kaufen. Es gibt hier diese Halbstiebe zu kaufen, aber ja, habe ich nicht gemacht. Deswegen muss ich jetzt selber welche machen. Und dafür werde ich dieses Brett jeweils mit einer Rundung versehen auf beiden Seiten und mit der Tischkreissäge dann diesen Stab, diese Leiste runterschneiden. Und dafür werde ich das mal sehen. Ja, Silvester ist jetzt inzwischen schon etwas länger her und wir haben einen schönen Silvesterabend verbracht in Dänemark am Strand. Und dafür hatte ich die Klapptische ja gebaut, weil wir haben Langosch gemacht und ja, im Januar bzw. im Dezember ist es ja noch relativ frisch. Und wir haben meine Werkstattheizung mitgenommen, die dann außen am Auto hingestellt und damit den Innenraum beheizt und ja, mit diesen wunderbaren, schönen großen Klapptischen konnten wir dann drinnen ganz entspannt sitzen und essen und ja, Silvester feiern. Die Tische sind allerdings immer noch nicht ganz fertig. Ich zeige euch die mal, ja, wie sie bis jetzt aussehen. Die Tischplatte mit den Halbstäben, na dann hier mein Träger, den ich mir ja gebaut habe für die Kopfstützen. Ja, und im Grunde ist das ja ein ganz einfaches Prinzip. Ich klappe die Tischplatte hoch. Hier ist nochmal eine Stütze, die über den Teil hier mit dem Klavierband verbunden ist. Die Tischplatte selber ist auch mit Klavierband verbunden und dann habe ich diesen wunderschönen Klapptisch und es ist ein vernünftiger Klapptisch. Ich habe schon echt viel geguckt und lange gesucht nach vernünftigen Klapptischen. Nur das Problem ist, dass die meistens entweder viel zu klein sind oder die werden nicht hochgeklappt, sondern die meisten werden dann im Grunde so runtergeklappt. Das Problem ist, wenn man die so runterklappt, könnte man rein theoretisch sich auch einfach ein Tablett auf den Schoß stellen, weil die richtige Höhe hat man dann auch nicht. Und wenn ich den so hochklappe, dann habe ich wirklich eine angenehme Höhe, um da Sachen draufzustellen, um zu essen oder was weiß ich, auch irgendwie einen Laptop draufzustellen, Film zu gucken oder irgendwas am Laptop zu machen. Das Ganze will ich jetzt noch einmal schick machen, sprich einmal schleifen und dann auch nochmal anmalen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich bin durch mit den Lackieren und den Schleifen. Und ja, der Tisch ist jetzt endgültig fertig und so sieht er im eingebauten Zustand aus. Ich habe jetzt die normale Rückbank hinten drin, also nicht die von unserem Ausbau. Wenn ich die Bank von unserem Ausbau drin habe, dann sitze ich noch ein Stück höher und dementsprechend passt das dann noch besser mit dem Tisch. Ja, so sieht das Ganze aus. Ja, so sieht das Ganze aus. Ganz einfach. Ich klappe den Tisch hoch, klappe das Beinchen hoch und schon habe ich hier meinen Tisch. Ja, und das ist so für den Laptop. Zum Arbeiten ist das in Ordnung und so zum Essen wäre es auch in Ordnung. Da sieht man gerade alles ein bisschen schlecht. Aber wie gesagt, wenn ich noch ein Stück höher sitze, denn so, das passt schon ziemlich gut. Und wie gesagt, er ist auch schön groß. Was ich mir noch überlegen könnte, ist, ob ich jetzt hier irgendwas ran mache, um die Tischplatte zu fixieren, dass er hier nicht so hin und her pendelt. Ansonsten ist er fertig. Ja, was haltet ihr für meinen Tisch? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Würde mich interessieren oder habt ihr vielleicht selber auch schon mal so einen Klapptisch gebaut oder habt ihr da irgendwie noch Verbesserungsvorschläge oder so? Ich finde den ganz gut gelungen. Funktioniert auf jeden Fall ziemlich gut und wie gesagt, man hat einen schönen großen Tisch. Wenn ihr jetzt noch wissen wollt, was sonst so mit diesem Auto passiert, mit unserem Pajero, dann würde ich vorschlagen, abonniert den Kanal und schaut auch bei uns auf dem Kanal vorbei. Ich werde auch nochmal die Playlists zu dem Pajero verlinken. Abonniert den Kanal, verpasst keine weiteren Videos, bleibt auf jeden Fall spannend. Und in dem Sinne, denkt dran Leute, Zeit für Abenteuer ist nicht irgendwann, sondern genau jetzt.